Juro Pandoro, was glaube ich? Willkommen zu einer neuen Folge ARC, wo mein Handy fast abgestürzt ist. Geil Leute! Ich bin motiviert. Also was wir in der heutigen Folge machen, wir erkunden ein bisschen die Map und machen noch ein paar Quests. Nachher wollte ich mich auf jeden Fall offscreen ansetzen, dass ich unbedingt sehr sehr viel von diesem Chitin slash Keratin bekomme. Denn ich brauche das unbedingt. Hallo? Bug.exe wurde aktiviert. Also. Nachher, was ich unbedingt noch machen will, ist, ich muss unbedingt Essen formen, ich habe so nichts, ey Leute. Mein ganzes Essen war weg. Einfach weg. Oh no, he is gone. Ah, wie immer mein. So, dann nimm das Essen. Feuer anzusehen. Ich geh kurz schauen, ob ich, ob mein Eisen gebrannt ist. Leute, ihr seht, ich hab's doof. Brrr. Ich hab's da dran. Oh, da dran dran dran. Ja, und da dran dran dran. Ich hab's da dran dran dran. Danke, dass ihr mir alle gerade drüber kam zum Geburtstag gefasst. Also. Wir haben schon fast alle Sekunden außer den, äh, äh, den Teil dort. Und deshalb gehen wir in die Nähe der südostlichen... Das muss ein Witz sein. Aber gerade, du machst mir mein Leben immer noch nicht einfacher, ne? Kann ich da mit ihm gehen ganz kurz, Koyutsu? Soll ich? Ich finde den richtig cool und schnell. Ah, wobei... Zu schwer. Können sie mit Unterhose gehen. Ah, Unterhose ist ein Level, ne? Geiler Typ. Wo ist Petri? Da oben. Ganz oben chillt er wieder seine Laude. Brata Bratina Bratura. Brata Brata. Das darf voll wenig essen. Und das ist ein Speer, den kein Mensch braucht. Also den hört sich jetzt Papa an bis letzten. Der Rest bratet ein wenig. Oh ja. Oh ja. What a fish! Ich hab doch jetzt gerade gegessen. Und dann gehen wir jetzt mal kurz kurz da hin. Als ob genau dort gerade die Lava-Höhle ist. Also dann machen wir die. Dann bereite ich mich vor, dann können wir, wenn ihr wollt, wenn ihr unbedingt mich leiden sehen wollt, können wir in der nächste oder übernächste Folge das machen. die Lava-Höhle ist. Umgo, da? Ein bisschen Küster schadet nie. Ein bisschen Küster schadet nie. Ein bisschen Schnell. Na gut geht so. Eine Quest haben wir jetzt. Was gibt es neu für Quest? Wissen über Dein Vorfahren, das ist auch nicht so weit weg, ob ich zuerst mal die Kristalle und das ist auch nicht so weit weg. Man krafte ich mir noch ganz kurz etwas Unnötiges, einfach ein Ziehen für Rot. Du hast jetzt falsch gelandet, hallo? Das hat ja kein Ausdruck, ich kriege einen Vogel. Du hast jetzt hier deine Basis, alle Stopp. Das hat ja kein Ausdruck. Rein in Yolo Gones, das braucht es, fünf Steine. Oh, 40 Metall. Also Petra, bis breit. Let's go! Bevor ich verhungere. Let's go! Let's go! Oh, shit, weg da. Oh, Gott weg da. Oh, Gott weg da. So geil zu fliegen. Nachher können wir eigentlich theoretisch noch ein bisschen weiter erkunden. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, wie machen wir das jetzt? Oh, Gott. Ich weiß nicht mal, dass es von dem her... ...mal ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit... ...kirchen. Ich weiß, dass ich gar nicht so viel rede, ich konzentrier mich gar auf, was jetzt ist. Ich habe noch etwas Interesse, welches Level ist das Spiel? Level 3 bin ich weg, ich werde weg von zuhause eigentlich nicht. Ich habe auch noch 4 Betäubungsfälle, das soll ich versuchen. Kommen Leute, no risk, no fun. Alle Folgen. Ich zählte mal auf Passive sonst. Scheiße, es muss jeder hitten. Scheiße, jetzt habe ich eigentlich schon verkackt. Ich frage, ist, pennt er jetzt allein? Nein, ich will gerade nicht auf dich, sorry. Neutral. Es ist fast da unten. Da rennt doch. Nein. Nein. Bitte. Ey, tu mir das nicht an. Oh, oh. Soll ich ihn töten? Ach komm, ich töte jetzt den Spino. Oh, den Raptor und Süsser. Ich finde es halt nicht. Okay. Okay, ich muss da gerade aus. Ich bin nicht gegangen. Da ist ein Fundament. Da auf dem Fundament ist kein Hintergrund zieht. Soll. Okay. Soll. Okay. Soll. ich werde sagen, wie ich sie nicht machen kann, wie ich sie nicht machen kann, wie ich sie nicht machen kann. Also ich brauche eh noch ein bisschen Fleisch. Ich ziehe einfach ein. Bist du der Einzige der so dumm ist und das nicht findet, ach komm weg damit. Ich setz mal ganz kurz den Cut und such das jetzt. Leute wir haben gerade äh, gestern wir jetzt gerade mega viele Betreuungsfälle gemacht. Ich sollte mir vielleicht die Arme nochmal kurz reparieren. Hab ich da nochmal das Zielferner jetzt da gemacht und hab richtig viel Fleisch mitgenommen. Wenn es hart auf hart kommt, machen wir keine Quest und zähmen wir jetzt diesen Spino. Oder irgendeinen Dino. Sag dir nur jetzt, wir zähmen einen Spino oder irgendeinen Dino. Tito. Hm 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 Ghost drivesack» Das war wohl bei mir, ne? Oh, das war doch so. Als ob ich keinen Strom mehr habe, das ist jetzt nicht ernst. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.